Hallo und willkommen zurück zu Darkest Dungeon, das letzte Mal als ich den Schweinekönig angegangen bin. Das war Teil 34, das ist also schon eine ganze Weile her. Und jetzt mal mit einer etwas besser aufgestellten Gruppe. Und ich denke, dass das jetzt so funktionieren sollte. Ähm, mal davon abgesehen, dass mir halt jemand gesagt hat, dass ich diesen Willibur nicht angreifen soll. Bin mal gespannt, wie gut das funktioniert. Hm. Los geht's. My first attempts at summoning were crude, and the results disappointing. I soon found, however, that the type and condition of the host's meat was a critical factor. The best results came from pigs, whose flesh is most like that of man. Ja. Und ich hab jetzt auch noch diesen Bonus durch diese Spezialwoche. Nochmal 15% extra Schaden, können wir mitnehmen. In Radiance may we find victory. Hm. Wir müssen ruhig mäsern dürfen. Hm. Ja. Die Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. But. Mhm. Werfen wir die weg Und nehmen die stattdessen Weil wir die Schriftrollen nicht mehr brauchen können Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd Nicht zu wissen, wo der Boss steckt Ich hab gar keinen, der erkundet Oder Doch Sehr gut Das wird natürlich auch wieder nicht reichen Mit dem vielleicht Ja, der ist tot Der wird auch sterben Jetzt durch die AOEs Sauber Der kommt natürlich jetzt einmal dran Ja, 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 ja Dann nehmen wir auch direkt gezielt diese Dinger mit Ich glaub, das ist nicht so viel wert Dass das Geld wert wäre Okay Das ist vermutlich ein Buff Bin ich mir aber nicht sicher Alten barbarischen Ritualen Opferstein Komm, Romkauf mit Kuriosität Gehen wir mal da hin Ich vermute, dass dann da auch ein Buff ist Das ist техnis Das ist eine Kast is it Da kann man Bandagen benutzen Schön tausend ja werfen wir schon die Fackeln weg da bin ich jetzt blind reingelaufen hab ich eigentlich gesehen jetzt wenig die hat aber auch schon ne Menge Stress angesammelt jetzt aha Continuieren unslaut Destroy them all Oh, oh. Schaden macht, ob sich das so stark endet? Weil Resia hatte da jetzt auch nicht, glaube ich. Na gut, das war jetzt kritisch. Erinnerst dich, dass Überconfidence ein langer und insidiouser Körner ist. Ja, wir haben die Bandage weg. Schade, nicht erkundet. Hm, dann machen wir unten den Raumkampf noch. Dann hoffe ich, dass ich da eine Erkundung habe. Oder wir gehen zuerst da hin. Da ist ja auf jeden Fall nichts. Mit ein bisschen Glück. Ja, ich kann sie benutzen. Ein Fass. Ist wahrscheinlich auch wieder ein Buff. Yes, okay. Dann werde ich jetzt hier... Ne, hier werde ich nicht rasten. Ich werde oben... Ist eigentlich egal, weil ich die Fackeln eh alle neu anmachen muss. Na doch, gehen wir nochmal zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher, was man da drauf benutzen muss, auf die Sachen. Hier jedenfalls erstmal rasten. Hüttelt zusammen. Fertif und vulnerabel. Rats in einem Maze. Der hat auch eine Heilung, okay. Aber da habe ich keine Punkte mehr für. Ne, ist egal. Das kann der auch mit Nahrung, glaube ich, auffüllen. Essensreste. Okay. Kein Buff. Kann ich mir aber noch aufschreiben. Labyrinth. Essenstisch. Essenstisch. Äh. Herr Kräuter. Essen. Ich meine, Erinnerung zu haben, dass das ja Schaden brachte. Hm. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Keine Ahnung, was ich da hätte benutzen sollen. Na ja, hier, das gibt wahrscheinlich auch wieder nur Essensreste. Äh, Essen, Dings da. Kann ich jetzt gar nicht mehr benutzen. Nehmen wir mal das. Na gut, dann halt nicht. Hat sich das hier mit den Räumen einsammeln nicht gelohnt. Der kann auf jeden Fall hier seinen Scheiß essen. Damit ist er wieder voll. Ich muss dran denken, das Hundefutter gleich zu benutzen. Noch so ein Ding. Schriftrollen. Ziehen wir weiter. So. Dann wollen wir mal. Da bin ich jetzt ein bisschen... Na ja. Schauen wir mal. Kleiner Schrei. Markieren. Vernichte den da. Das war jetzt nicht der Hit. Und ich hab natürlich direkt prompt die Nahrung vergessen. Ähm. Egal. Hält, glaub ich, vier Runden an. Das heißt, die kann ich sowieso noch nutzen. Es sei denn, er ist betäubt. Aber dann ist es vielleicht gut, dass ich ihn auch nicht benutzt hab. Vernichte die beiden. Dann senken wir jetzt den Schaden. Mach dir auch noch ein bisschen. Na gut, der hat nicht funktioniert. Gut. Markierung sitzt noch. Wow. Naja, den habe ich ziemlich zerstört. Naja, den hat er nicht so gut. ... um durch eine Tonne von putridem Flesch zu knallen. Seine Formation ist gebrochen. Maintain die Offensive. Hm... 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 Naja, dann machen wir hier den Rest auch noch. Hm... 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 Jetzt könnten wir endlich wieder heilen oder zerstören? Nehmen wir zerstören. Ehhh... Kein Platz hier. Hier er ist. Uh-huh. Zerstören wir den. Er hat noch 9 aus. Es sollte hiermit dann passen. Probieren wir das. Sauber. Oh, okay. Hmmmm hmm monstres size has no intrinsic merit unless inordinate exsangwination be considerate a virtue Eine Glückwunsch, das erwartet, um zu verwendet werden. Na, das hat auch gerade so nicht gereicht Wusch, wusch Ja, da hätte ich jetzt diese Blutung auf alle gebraucht Mal den an Mit ein bisschen Glück Da kommt der dran Hallo Und Spatz Na, vielleicht kommt Maner ja noch vorher dran, ist sowieso unwahrscheinlich Ja Bandagen habe ich schon keine mehr Na gut Nicht Dann gehen wir Gerade nach unten Wobei, gehen wir nicht gerade nach unten Nach links kann ich auch noch gehen und die Sachen öffnen Bücher Bücher Hat sich auch nichts getan Das ist der mit den Handschuhen, der muss vorne stehen Das ist der mit den trommeln denn zu kräfteln da wird der genuket da wird der genuket ouch ouch Ja, machen wir mal Heilung Ich hoffe mal, dass ihr jetzt nicht noch so einen abbekommt Das ist sehr unwahrscheinlich Schön So Fackeln hatten wir keine mehr Na gut Du brauchst schon Fackeln Wiedersetzt Die können irgendwie gar nichts Einmal den jetzt müssen wir natürlich noch zu dem hinkommen immer weiter und es ruckelt, wieso auch immer Sie sind oft low auf Zütteln Na, hätte ich fast gesagt, den kann man jetzt recht zuverlässig töten, aber dem war nicht so. Gut, der ist jetzt eh bei der nächsten Runde tot. Na toll. Na, den hätte ich... ...das verhindern können, wenn ich den angegriffen hätte. Aua! Das brauchen wir nicht mehr. Und dann machen wir den Raum noch. Ist aber niemals. Dann sind wir ja fertig. Weiß nicht, die Hammerausbeute. Nicht so super gut. Aber, ja, ein Boss ist tot. Na ja. Ja, das ist natürlich hier etwas blöd. Die sind jetzt auf 5. Die kann ich nicht mehr dafür verwenden. Äh, minus 10 max LP. Ist ja toll. Leuchtet ist egal. Ja. Schlechtes Gewissen ist auch nicht so tragisch. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das sonst noch als was war. Ich bin Teil des Gambling Halles. Jetzt, blödlos. Ich bin still. Du... Hm. Welchen Boss gibt's denn jetzt hier? Fleischkreatur. Also, okay. Wäre vermutlich die gleiche Besatzung gut, was jetzt nicht mehr so gut geht, weil auf 5. Die Frage, die ich mir jetzt stellen muss, ist, ob es Sinn macht, den überhaupt noch zu heilen. Dann müssten wir das hier auch noch wegmachen, aber ich habe halt hier schon 3 Stück von denen. 3 außerdem. Die anderen sind auch schon ausgebaut. Naja, fast komplett ausgebaut, nicht ganz. Von daher würde ich sagen, feuer ich den. Wobei, erst wenn da eine Notwendigkeit für besteht, wenn ich hier nochmal einen 3er habe. So, den Heiler mussten wir aber auf jeden Fall. Naja, dann müssen wir auch noch die Krankheit entfernen. Ach, das ist eigentlich egal. Den Dings kann ich jetzt allerdings noch nicht angehen, den Boss. Glaubst du in den höheren Barbaren? Nö. Wir haben jetzt doch, wir haben 2 auf 4. Die könnte ich theoretisch für beides verwenden. Was aktuell fehlt, wäre der Heiler. Da könnten wir den mitnehmen. Sollte vermutlich auch klappen. Labile Fleischkreatur. Müssten wir hier nochmal schauen. Ja, reicht. Wobei, guck mal, die anderen noch. Auch passt. Waffen. Passt auch. Und dann rüsten wir sie wieder aus. Handschuhe. Ring. Ring. Stab. Fernkampf Dings. Fernkampf Dings. Heilfähigkeiten. Und. Das hier will ich auch niemals verwenden. Das hier auch nicht. Ah, das vielleicht. Aber eher nicht. Ähm. Das Ding brauche ich eigentlich. Auch nicht, oder? Nein. Nein. Abwehr und Ausweichen. Das ist für den wahrscheinlich sogar mit das Beste. Außer ja, HP zu erhöhen. Könnte auch noch gut sein. Machen wir mal so. Jo. Dann sind wir hiermit auch ausgerüstet und können beim nächsten Mal den nächsten Boss angehen, würde ich sagen. Den hier. Labile Fleischkreatur. Oder die gesundene Besatzung. Das macht eigentlich keinen Unterschied. Ich glaube, die Bosse waren doch ziemlich identisch. Na gut, dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Bis dann.